Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Keine Sorge, wir gehen gleich noch raus aus diesem Account. Dieser Account ist jetzt eigentlich nur, ja, für den Anfang mal gedacht. Also um nochmal jetzt alles ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe ja die ganzen Leute gekickt aus diesem Clan, weil ja die Clanspiele vorbei sind. Und muss auf jeden Fall nochmal ein dickes Dankeschön aussprechen an alle, die mitgemacht haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann mal wieder. Und jetzt sind ja quasi Mitglieder drin, oder beziehungsweise ich bin gerade dabei, die Mitglieder einzuladen. Für einen Clankrieg. Die letzten haben wir leider verloren. Es haben nicht so viele angegriffen. Das war nicht so gut. Aber okay. Und deswegen wollte ich nur mal eben sagen, rest in peace. Ehemalige Leute aus diesem Clan. Es war so schön mit euch. Aber okay, wir müssen weitermachen. Es nutzt ja nichts. Und ja, gute Neuigkeiten. In vier Tagen und 21 Stunden sind ja schon die neuen Clanspiele. Und vor den Clanspielen werde ich den Clan auf jeden Fall wieder neu befüllen, Leute. Dann könnt ihr auf jeden Fall wieder rein. 49 Leute. Das war meine Ansage. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder in den normalen Account zurück. Guck mal. Es gibt ja neue Ereignisse, habe ich gehört. Also, bis gleich. So, sind wir wieder zurück und sind jetzt in meinem normalen Account. Und ich habe, wie ich ja gestern schon, äh, gestern konnte man es ja schon quasi vorhersagen. Es ist voll. Alle, 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 alle Goldminen sind voll. Zwölf Millionen. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nämlich keinen Arbeiter frei. Und okay. Elf Riesen. Ah lol. 56, was? 56 Barbaren und 56 Bogenschützen. Das werde ich doch hier oben niemals hinkriegen. Deswegen muss ich nach dieser Aufnahme auf jeden Fall wieder runtergehen. Weißt du, was das andere Ereignis? Das war günstige Gräber. Alles klar. Kann ich auch sehr gut gebrauchen eigentlich. Ich habe jetzt allerdings erst noch was in der Ausbildung. Wir nehmen trotzdem schon mal ein paar mit. Wie viel muss ich benutzen? Neun Stück. Alles klar. Jetzt haben wir nur das Problem, dass der Owner drei Stunden. Okay, das geht. 48 Zivillen. Das ist ja viel günstiger als gedacht. Hallo Warden. Willkommen zurück. Er freut sich auch schon. Okay. Er freut sich auch schon. Ich stelle ihn einfach mal auf Luft. Dann machen wir ein bisschen was anderes. Und dann suchen wir jetzt den Gegner raus. Nein, 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 nein bis gleich. Okay, den hätte ich eigentlich schon bekommen, wenn ich dieses G-Barch-Gedönsel da genommen hätte. Ist egal. Ist egal, ist egal. Das habe ich in der Kleinen Burg beziehungsweise im Mauervernichter habe ich fünf Valkyren drin. Die werde ich gar nicht brauchen. Wir machen das jetzt erstmal so, dass wir da was frei machen. Dann machen sie sich ein bisschen schon mal frei, damit wir mit gleich die Elektro-Drachen hinterher schicken können und den Warden. Ah, Level 27. Es ist fast so weit. Es ist fast so weit, dass er maxed ist. Naja, gut, was heißt fast? Also es ist schon noch ein... Ein kleines Stück ist es doch noch, aber wir sind auf einem guten Weg und nein, hat er den Bogenturm nicht zerstört. Okay, dahin. Und Rest gleich in dem Mitte. Das sind nämlich Rudeltiere. Die Baby-Dragons, das sind keine Rudeltiere, aber die hier, das sind auf jeden Fall Rudeltiere. So, man Wutzauber drauf, in der Hoffnung, dass sie jetzt gleich noch bitte sich um die Luftabwehr kümmern. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Ohne Witz. Der Luftfeger ist echt der größte Feind dieser Drachen. Der Luftfeger ist wirklich der größte Feind dieser Elektro-Drachen. Und gleich, wenn sie alle noch beisammen sind und wenn die Luftabwehr schießt, dann werde ich ja jetzt auf jeden Fall den Warden mal zünden. Komm, mach auch noch bitte den... Mach den Magerturm direkt noch mit weg. Ja, der ist weg. Feger ist immer noch da, ist mir aber egal. Ansonsten müsste das doch eigentlich reichen. Ich meine, das ist jetzt relativ kostenaufwendig, diese Taktik, weil ich jetzt ja nicht wusste, dass ich so einen inaktiven hier noch abgreife. Nehmen wir die Queen noch mit. Nehmen wir die Queen noch mit. Ich werde aber jetzt aber auch keinen Zauber mehr benutzen, das wäre ja total blöd. Weil die Drachen sind einfach... die E-Drachen sind so stark, also das... Übrigens habe ich auch noch was Cooles gelesen. Im SummerSell-Forum habe ich nämlich gelesen, dass Darian und Lach-Nes-Mearns da ein Q&A aufgenommen haben. Ich weiß nicht genau, wann Supercell das hochladen wird. Ey, ich weiß aber, dass da wahrscheinlich... Beziehungsweise, ich vermute, dass da ziemlich coole Sachen dann von Darian erzählt werden. Hoffentlich. Die Community konnte ja Fragen stellen. Und dann haben die von Supercell ein paar Fragen ausgesucht. Und ich bin mal gespannt. Wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Cooles bei rumkommen. Und ich hoffe mal auf ein paar neue Erkenntnisse. Also, ja, halt besonders. Was erwartet uns noch an Updates? Das ist ja das, was wir alle wissen wollen. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was dieses Q&A uns dann so, ja, für Erkenntnisse bringt. Und gar nicht mal... Ja, wie viele haben wir überlebt? Eins, zwei, drei... Vier Drachen. Der eine ist jetzt auch tot. Drei Drachen. Das ging ja sogar. Also es war kein Overkill. Bin ich schon mal zufrieden. Wir haben auch wieder direkt Truppen in der Hinterhand. Die Queen ist ja eigentlich noch relativ stabil. Die wird auf jeden Fall noch mal mitmachen. Oh, da muss ich nach dieser Folge unbedingt runtergehen mit den Pokalen. Aber unbedingt. Okay. Nein, wollte ich nicht. Wollte ich hier. Walküren. Schatzkammer habe ich nichts drin. Das ist okay. Äh, Tripskis habe ich noch nicht. Werden wir aber gleich machen. Okay, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube mal... Ich mache das einfach als Kill Squad. Das ist doch mal eine gute Taktik, oder Leute? Das ist doch eine gute Taktik, ein paar. Davon noch hinterher. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brauche ich einen Wut? Äh, brauche ich einen Gift, aber nein. So. Zack. Das passt auch. Und dann würde ich sagen, Warden, du wirst jetzt mal eben geschübelt. Du nicht. 4 Minuten. Das werden wir warten. Kurzer Cut. Wir sammeln mal eben ein. Aber war ja nicht viel. Bis gleich. Wir wollen natürlich nochmal angreifen. Ist ja klar. Bis gleich. Bis gleich. Warum finde ich einfach keinen Loot? Das ist unglaublich. Aber den nehme ich jetzt trotzdem mal mit. Ich kann dich immer so lange suchen. Deswegen nehmen wir ihn jetzt mit. Ich habe auch einen Plan. Und zwar... Äh... Werde ich jetzt von unten vorgehen. Ich will die Adler-Dev eigentlich weg haben. So. Deswegen werde ich da schon mal einen Tunnel-Gräber hinsetzen. Wir setzen jetzt vielleicht die Tunnel-Gräber. Und im besten Fall kriegen die Tunnel-Gräber schon relativ viel kaputt. Hoffentlich. Also bis zu... Äh... Ich weiß nicht, ob sie es... Ich weiß halt nicht, ob sie es bis zu Adler-Dev unbedingt schaffen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich habe 13 Stück, ne? 13 Stück. So. Queen hinterher. Queen, Queen, Queen. Adler-Dev ist noch nicht aktiv. Das ist schon mal gut. So. Nein. Alle in die Riesenbombe rein. Oh, das ist natürlich jetzt gar nicht gut. Ja. Das war es mit den Tunnel-Gräbern. Das lief einfach mal... Das... Nein. Ich habe doch... Oh, ich trottel. Ich habe... Oh, das war der schlechtste Angriff aller Zeiten, weil ich den Mauervernichter nicht gesetzt habe. Ich habe den Mauervernichter und ich setze ihn nicht. Das wäre eigentlich... Das wäre perfekt gewesen. Oh Mann, wieso setze ich den nicht? Diesmal nicht. Diesmal nicht. Puh, mach mal ruhig. Mach mal ruhig. Mach mal ruhig entfernen den Turm. Das ist mir egal. So. Jetzt... Jetzt... Jetzt hole ich mir nämlich alles wieder. Jetzt hole ich mir alles wieder. Nein, 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 nein. Queen lebt noch ein bisschen. Aber ich kriege tatsächlich nicht die Adler Death down. Oh, den Inferno-Turm auch nicht. Willst du mich denn veräppeln? Was ist denn das für ein schlechter Angriff? Was ist denn das für ein schlechter Angriff? Ach Mann. Ich habe gar nichts kaputt gekriegt. Null. Was soll ich jetzt machen? Ja, jetzt ist der Inferno-Turm zumindest down. Kann ich zumindest schon mal die Adler Death freezeln. Kann mal hier einen hinsetzen. Kann das noch freezeln. Ja, schön. Ja, schön. Schön den Feger nicht mit erwischt. GG. Also, was ist denn los heute? Heute ist es nicht gut. Heute greife ich nicht gut an. So, jetzt immerhin ein bisschen noch dahin gemacht. Alter, das ist kein guter Angriff. Das ist kein guter Angriff. Aber wir haben noch ein bisschen Loot bekommen. Und vor allem, ich brauche zwei Sterne. Ich brauche unbedingt zwei Sterne für den Sternenbonus. Dann muss ich natürlich noch einen Stern holen, den wir jetzt eh schon haben. Für die Quest. Genau, dann habe ich da schon mal zumindest was erledigt. Komm, Alter, mach doch den Inferno-Turm. Ey, die Adler Death lebt immer noch. Es ist so lachhaft einfach nur. Weil ich am Anfang so blöd war und es nicht hinbekommen habe, haben wir die Adler Death nicht zerstört. Und deswegen leben jetzt zwar noch... Immerhin leben noch zwei Drachen, aber trotzdem. Na, das hätte nicht sein müssen. Deswegen werde ich jetzt gleich wahrscheinlich auch aufgeben. Weil ich einfach nicht will, dass der Warden noch was abkriegt. Ja. Wir geben auf. Ah, Mann, ich bin so sauer auf mich. Immerhin haben wir noch ein bisschen Dunkles gekriegt. Wir kriegen noch einen Bonus dabei. Glück im Unglück. Glück im Unglück. Ich muss trotzdem wieder runtergehen für das G-Barge-Ereignis. Das bringt hier oben nichts. Wir machen einen Kassensturz. Eins von drei habe ich. Habe noch... Habe ich Tunnelgräber noch in der Ausbildung? Habe ich. Ich habe übrigens die... Oh, ich habe die Larkis jetzt maxed. Huh, das wird gut. Wir nehmen jetzt mal ein paar mehr. Mit ein paar mehr meine ich viel mehr. Mit ein paar mehr meine ich viel mehr. Brau' ich nicht. Brau' ich... Auch nicht. Brau' ich nicht. Brau' ich auch nicht. Brau' ich nicht. Okay. Wir haben alles. Wir gehen aber jetzt nochmal eben ganz kurz ins Nachtdorf rüber. Weil ich hier auch noch einen Angriff machen möchte. Es ist... Es war so ein schlechter Angriff einfach nur. Aber egal. Kommen wir wieder zu den guten Sachen im Leben. Zum einen das Q&A, was ja bald kommt von Darien und von Loch Ness Mjonsta. Und Nummer zwei. Nämlich, dass der Clan ja nach diesem Clankrieg, den ich machen werde mit den Mitgliedern, auf jeden Fall wieder geöffnet wird. Bedeutet, für die Leute, die da wieder rein wollen und die Clanspiele mit mir machen wollen und vielleicht auch den ein oder anderen Clankrieg, ihr seid dann herzlich eingeladen, da reinzukommen. Wie gesagt, nochmal dickes, dickes Dankeschön an die Leute, die jetzt im Clan drin waren. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Freude gemacht. Das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Dass ihr auch ein bisschen Spaß hattet dabei. Und ja, ich freue mich schon wieder auf die nächsten Leute. Es ist ja immer schön, wenn man da wieder ein paar neue Leute kennenlernt. Und jetzt zünden wir die Kampfmaschine. Lauf nicht nach rechts. Lauf nicht nach rechts. Ah, danke. So gerade eben haben wir es noch gerettet. Wäre ich nämlich zum Sternenlabor gelaufen, dann wäre das mein Ende gewesen. Dann wäre das mein absolutes Ende gewesen. Aber wir können jetzt noch rumreißen. Wir haben 55% geholt. Okay, den Turm hole ich mir auf jeden Fall noch. Das war es aber auch. Na, war ein mittelmäßiger Angriff. Müsste nicht reichen. Ich habe ja einen Kracher im Ausbau. Oh, warte. Oh, es reicht. Es reicht. Es reicht. Danke, ich habe mir Glück gebracht. So gerade eben. Ding, 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 ding. Da ist noch der Bockenwerfer im Ausbau. Ansonsten sind wir am Ende dieser Episode. Schaltet auf jeden Fall später wieder rein. Und wenn ihr noch kein Mitglied seid, wie gesagt, bitte nicht extra für diesen Clan-Krieg jetzt Mitglied werden. Bitte. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber dann aufs freien Stück nicht für diesen Clan-Krieg. Weil ich ja, wie gesagt, nach dem Clan-Krieg den Clan wieder öffne für alle. Also, ich werde es auch vorher ankündigen. Seid schnell. Wir sehen uns später wieder. Danke schön fürs Zuschauen. Guckt in die Beschreibung. Abonniert den Kanal. Tschüss. 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 Tschüss.